Willkommen hier zurück bei Resident Evil 4, naja, letzte Folge habt ihr es gesehen, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, aber wir gehen jetzt mal wieder weiter. Hm, das Geräusch, macht mich wieder... Ja, komm schon! Ruck mich nicht, nein! Ich hab dich doch weggeschossen, nein, aber nee, du willst nicht, du sagst nee, ich bin nicht runtergefallen. Okay, brrrr, fängt ja wieder ganz gut an mit diesen komischen Dinger da. Und da, ich bin drin. Ah, TMP mal wieder. Hauptsache was. Im TMP bin ich jetzt eher nicht so ein guter Waffe, aber es langt. Alter! Hör auf zu fliegen! Verarsch mich doch nicht. Ah, leck mich doch am Arsch durch. So, so Fotos hoch hier, hä? Jetzt ist er, jetzt ist er vor mir. Oh mein. Ja klar. Ja klar. Ach komm, verarsch mich doch nicht, du scheiß Ding. Ich hasse euch, Ding. Na, wisst ihr das? Hier reicht's. Ja, komm. Also ab von mir. Ich will die Dinger schon lieber mitnehmen. Ja, komm ey. Das ist doch kein Witz, ey. Das ist ein Schrumpfling, der streut doch. Ich hasse dich, Dinger. Jetzt kann ich mich wieder heilen, ey. Wo ist jetzt das nächste Durchgang? Hier. Noch mehr. Ah, sorry. Das ist ein bisschen ausgefallen, was so ein bisschen krass geworden ist. Aber bei diesem Frisat kann man anders sein. Aber bei diesem Frisat kann man anders sein. Ja, komm schon, ist klar. Ja, komm schon, ist klar. Die Dinger sind hässlich und hasse die. Sinnlos, was ich jetzt da mache, aber egal. Hauptsache, wir sind erstmal hier draußen. Ja, geil. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh Gott. Ah, okay. Einer geht weg. What the... Jetzt. Gut. Perfekt. Wenn jetzt noch was anderes kommt, dann greiche ich. Sieben Minuten, acht Minuten. Ach komm. Einer geht noch. Junk. Ja. Ein bisschen gemein da drin, ey. Das ist auch krass, ey. Wirklich zu krass. Wenn jetzt bin ich jetzt wieder hier. Aber ich kriege weniger Money für die Pistole und das freut mich total. Brief von Ada. Ja. Ah. Ja, das geht ja um die Las Plagas. Ja, willkommen. Freut mich, dich wieder zu... You got a selection of good things on sale, Stranger. What are you selling? Is that all? Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. Seven davon, sieben davon. Ich glaube, das kann ich damit vermischen, oder? Ah. Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. Kann ich was kaufen? What are you buying? Ich will mich schon später das hier hole. Sobald hier erstmal wieder ein bisschen der ist. Es wird wieder voll. Ich muss mal unbedingt mein Joyce-Pad wieder sauber machen, weil der knackst mal wieder ein bisschen. Aber ich könnte da hier mal wieder so eine Mission wieder reinmachen. Und dann noch einer ist ein bisschen frisch. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dann sehen wir uns wieder. Also, da müsste ich hin. Klingt machbar. Spielgefährten, hier. Hier. Ich bin mal wieder raus. Es gibt öfter. Es gibt mehr davon. Wo ich das gemerkt habe. Ah, seid ihr so schön am Lagerfeuer, was ihr ersetzt gemacht habt, aber das merkt ihr noch nicht mal. Ah, jetzt. Hoppla, bist du versimpisch auf den Bein geschossen? Ach, geil, nekmal mal wieder. Ich freu mich wieder. Es ist verschlossen. Hier steht, gibt den Löwen den Opfergabe. Löwen den Opfergabe, okay. Soll ich jetzt ihn geben? Diese, äh, wie? Und da geht noch was auf, ey. Springt gerade mal hier runter. Oder hier geht die Leide runter. Und wir sind genau hier. Aber ihr könnt das später wieder weiter angucken, weil ich hier mein Part beende. Bis denn und tschau, tschau. . . . Vielen Dank.